So, und da sind wir zur sechsten Aufnahme des heutigen Tages. Hier wieder mit dabei, mit mir. Also für euch ist es natürlich wieder ein neuer Tag, also für mich ist es die sechste Aufnahme des Tages. Und ich glaube, hier möchte ein Rätsel von uns gelöst werden. Sie waren fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammdurm unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die Hüten und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Okay. Brüder, Datei freigeben. Ah, das ist lustig. Achso, das ging ja noch so hier, gell? Äh. Moment, warte mal. Rauf. Unter. Ah, okay. Rauf. Oh, es passt sogar, siehst du mal. Moment, zurück. Äh, rauf. Nenu. Rauf. Okay, das hat sich gerade mitgedreht irgendwie. Ah, das dreht sich gemeinsam mit. Runter, einmal nach rechts. Jetzt musst du überlegen. Rauf, einmal nach links. Runter, einmal nach links. Okay, 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 okay. Also mit den äußeren Ringen haben wir ein kleines Problem. Und zwar, kann ich noch einmal raufnicke? Wenn wir das nach rechts drehen, dann gehen wir ein, äh Quatsch, wenn wir das nach rechts drehen, dann gehen wir einen runter, noch einen runter. Dann drehen wir, dann drehen wir das eins nach links, äh Quatsch, eins nach rechts. Gehen einen rauf. Ne, gehen, ne Moment, gehen einen rauf. Drehen das richtig. Dann geben wir wieder einen runter. Drehen das richtig, dann gehen wir rauf und drehen das richtig. Genau, sehr schön. Jep, den nehme ich mit, gut. Und dasselbe nochmal. Ich glaube, ich bin einmal zu viel rum. Genau, so rum. Ein rauf, dann... Einen rauf. Jetzt wird das außen bestimmt genauso sein. Genau, jetzt gehe ich zwei rauf und... Ah, ne. Ich gehe mal einen runter. Oh, und das dreht sich zwei mit. Haha. Okay, zwei müssen gedreht werden. Wie machst du das jetzt? Wenn ich einen raufgehe... Okay, Moment, warte, ich habe eine Idee. Also, ich gehe mal dann nach einer rechts. Und noch einer nach rechts. Das heißt, das dreht sich viermal in die Richtung. Jetzt gehe ich einen rauf. Moment, Moment, Moment. Viermal in die Richtung. Viermal in die Richtung. Viermal in die Richtung. Ich muss mir das mal ganz kurz merken. Viermal in die Richtung. Okay. Runter, runter, runter. Zwei, drei, vier. Rauf, rauf. Links. Links. Ah, ne, gar nicht, das ist falsch. Moment, wir müssen das so machen. Dann gehen wir runter, runter. Ne, gar nicht, rauf. Ne, mal runter. Drehen das erstmal richtig jetzt so. Oh. Okay, gut. Gut, dann halt nicht. Gut, dann, ähm, okay. Oh, ein drittes noch. Okay. Eins hätte man geschafft. Zwei hätte man geschafft. Drei hätte man geschafft. Nee. Ah, jetzt hört sich das mit, verstehe, okay. Dann mach ich das aber erstmal fertig. Moment. Jetzt hört sich natürlich wieder zweimal. Und da oben sind die Finger, die seh ich schon. Da kommen sie. So. Und jetzt, äh, noch eins rauf. Und dann, genau. So, wenn ich jetzt eins runtergehe. Also, warte, ich kann, muss ja theoretisch eigentlich nur noch ein drittes. Ich kann nur noch das Ding hier drehen, oder? Ja, wow, okay. Das war doch nicht so schwer. Und Cage brach. Achso. Noch eins. Wie viele denn noch? Das ist aber jetzt hier langsam... ...ziemlich viel. Ähm... Wie zum Teufel ist das jetzt? Ah, okay. Das ist richtig. Ein rauf. Oh. Runter. Ne, wohnen drauf. Äh, noch ein rauf. Ah, verstehe. Okay, erst mal gucken, wie das jetzt überhaupt richtig ist hier. So ist das richtig. Ein runter, dann geht das natürlich auch... Das ist richtig. Ein rauf. Okay. Moment, jetzt war das gerade richtig. Dann gehe ich jetzt mal einen runter. Dann ist... Nee, ein rauf wieder. Dann ist das noch nicht richtig. Jetzt ist es richtig. Dann gehe ich einen runter und noch einen runter. Und dann haben wir es ja gleich fertig. Ach, nee, okay. Ich dachte... Das kriegt man jetzt fertig. Na nu. Das passt ja gerade gar nicht mehr. Hä? Ist das richtig? Nee. Ach, das ist okay. Jetzt muss man noch einen runter. Und jetzt passt es gleich. Moment. Sehr schön. Ja, darum wurde Cain Meister. Mahan. Genannt. Okay. Da haben wir die vier. Sehr schön. Obacht. Das keinsmal. Das keinsmal? Mhm, mhm, mhm. Wenn du verrätst, wirst du sterben. Wie ist alles geschehen im Schalke? Kann ich jetzt irgendwie... Was soll ich jetzt genau hier tun? Achso, ich muss noch weiter. Okay. Passcode gefunden. Und da haben wir wieder einen neuen Abschnitt freigeschalten. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Na dann, Erinnerung fortsetzen. So, wir müssen noch zum richtigen Quest. Wir haben jetzt erst mal schnell noch zwei Federn geholt hier. Komm, du hast keine Angst. Gut, dass ich dich treffe. Erstmal heilt sie mich bitte genau. Dein Apothekenbedarf. Ich hab da immer einen sehr großen Bedarf. Wer das Let's Play öfters mal guckt. Aber gut, dass ich so viel Geld hab. Das sollte erstmal genügen. Aber passt in Zukunft besser. Äh, nein. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ich bin da recht unvorsichtig, was meine Gesundheit angeht. Auch im richtigen Leben. Ja, so bin ich halt. Nein, kommt er denn nicht? Okay, überlegen. Wie komm ich jetzt da hin? Du siehst mich nicht? Dann halt nicht. Oh, meine Fresse. Ich bin bei dir, Junge. So, äh, mein Falsch hier. Ich verwechsel mal das Kuh mit der Karte. Das ist extrem schlimm. Na, los, kommt. Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Und? Ja, okay, dann geht ihr erst mal ne Runde baden. Oh, jetzt hab ich mein Deutsch genommen. Na, los, komm. Meiner kann auch mehr. Hihi. So, da ist der nächste Käfig, seh ich gerade. Wie schnell ihr da rausgehen? Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach voran. Bis jetzt ist acht, Leute. Ach so, scheiße. Bam. Bam, los, hier, komm. Oh, meine Güte, der stirbt doch einfach. So. Äh, gut, dass du mich angreifst. Das macht sich immer recht gut. Ich brauch so einiges an Hilfe, aber bestimmt keine medizinische. So, na, los, weiter geht's. Oh, okay. Tja, das hat nicht ganz geklappt, wie ich's mir vorgestellt hab, aber egal. Aua. Aua, das tut weh. Das tut weh. Ja, das tut weh. Wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen, dass das weh tut? Ja, schön. Ja, Alter, wie willst du denn hier schießen? Stirb! Boah, Alter, das ist ja komplex hier. Also, man kann auch anscheinend nur schießen, wenn man gerade... Ne, okay, das hat nicht wirklich so. Na, egal. Das war's bei den Leuten hier frei. Und ich glaube, wir haben gleich ne... Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Na, warum rennt ihr dann alle weg? Dann haben wir uns ja anscheinend alle befreit. Und haben die Erinnerung synchronisiert. Und was genau beim nächsten Mal passiert, das erfahren wir beim nächsten Mal. Haha, Schatzkeks! Bis zum nächsten Mal! Ha, Alter, guten Tag ist in drei. Alter, was soll ich mit der Kohle? Was soll ich mit der Kohle verdauern? Kohle, Kohle, Kohle! Daran will ich dich verpassen.